Hallo Leute, hier ist eure Christina und herzlich willkommen zu einem etwas anderem Video. Ja, in diesem Video kläre ich erstens etwas auf und ab Ende kommt sozusagen etwas noch, womit ich euch halt unterhalten möchte und das sind einfach so Star-Staple-Momente. Dazu kommen wir aber noch gleich. Erstmal möchte ich aufklären, warum so lange keine Videos mehr von mir gekommen sind. Das liegt erstens daran, da ich keine Zeit hatte, zu meiner Tante zu gehen und das hatte ich auch in dem letzten Video gesagt. Und dass Star-Staple bei mir sehr, sehr schlecht funktioniert und deshalb hatte ich beim Pferdekauf Red Ruby, das war mein letztes Video, konnte ich auch gar nicht mehr die Gangarten-Man zeigen, weil einfach das Spiel... Wirklich, ich konnte zwei Minuten, sogar weniger als zwei Minuten spielen und dann hängt das ganze Spiel und es geht überhaupt nichts mehr. Ja, und außerdem fliege ich am Donnerstag in den Urlaub und ich habe ja bis dahin noch Zeit, aber ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich kann jetzt nicht, ich kann es ja nochmal versuchen, aber es funktioniert schon länger nicht. Ich weiß nicht, was da ist. Auf jeden Fall habe ich mehr nach dem Urlaub Zeit und dort kann ich dann halt auch mehr gucken, ja, was da so verbessert werden kann, was da so das Problem ist. Das habe ich auch davor gemacht. Mein Vater hat den Computer wirklich komplett, sag ich mal, frisch gemacht. Und trotzdem funktioniert da jetzt nichts. Ich würde dann halt schauen, wie das jetzt weitergeht. Vielleicht werde ich Sims 4 aufnehmen. Mein Vater hat es mir, ähm, auf den PC runtergeladen jetzt. Weil es als davon nicht funktioniert hat, haben wir es jetzt nochmal runtergeladen und das funktioniert eigentlich alles prima. Und ja, in diesem Video, also das war jetzt die Aufklärung, falls noch Fragen aufkommen, schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt wird es einfach weitergehen. Ich werde euch mit solchen Dingen versuchen, jetzt mal zu unterhalten, weil ich kann ja nichts anderes machen. Und im Urlaub habe ich auch meinen PC und so nicht dabei. Ich werde mal schauen, Silvio vielleicht oder Agaio oder andere Spiele. My Horse habe ich zum Beispiel noch auf meinem Tablet, kann ich das mal aufnehmen. Das werde ich nochmal schauen. Ähm, in dem, in dem Rest dieses Videos werde ich euch mal ein paar Star Stable Fotos von mir, ähm, halt zeigen. Ohne etwas dazu zu drehen, halt mit Musik im Hintergrund. Und ich werde halt, ähm, ein paar Momente mit meinen Freunden, wenn ich jetzt welche finde, ich muss noch schauen. Und damit meine Lieblingspferden finden. Es waren noch alte Fotos, ähm, ja. Und auf jeden Fall kommt noch, kommen noch ein paar Fotos von der Lena Nightstream. Das sind meine Freundinnen, das sind zwei Zwillinge, die machen auch Videos. Ähm, die haben auch einen YouTube-Kanal. Und, ja, ich wünsche euch da noch viel Spaß und noch eine schöne Ferien, schönes Wochenende, schönes, schönen Tag noch, wann ihr das Video halt schaut. Und bis dahin, eure Christina. Und am nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.